Und Karguron ist Platz 1 im Juju, war aber zu erwarten, ich sag Karguron im Juju, fucking Bro, Alter. Du bist doch derjenige, der sagt, Karguron, voll das coole Pokémon, hallo, ich bin Timo. Karguron im Juju, schreibst du in die Kommentare, der ist zu krass, der ist zu krass. Ich sag, Karguron ist halt einfach ein nerviges Pokémon, bringt gar keinen Spaß mit dem zu spielen. Nee, der ist aber auch wirklich gut. Ja, der ist ja auch gut, das stimmt. Wie willst du den umbölleren? Entail vielleicht? Nee, Entail ist trash, das wissen wir doch alle. Hallo und damit Willkommen zu einem neuen Metronome-Wettel, ey. Hallo Leute. Ja, wir haben die falsche Reihenfolge, ja egal, passt schon. Ich hab die richtige Reihenfolge, weil ich bin nämlich nach Pokédex gegangen und man sagt Raikou, Entail und Suikun. Also haben nicht wir die falsche Reihenfolge, sondern du hast die falsche Reihenfolge. Warte, ich kann sie ja richtig auswählen, alles gut. Auf jeden Fall. Raikou, Entail, Suikun, das nice Raubkatzen-Metronome. Warte, aber was für deinen Arm. Oh, das funktioniert dann nicht. Ah nee, dann lassen wir das. Dann lassen wir das, ist egal, die Punkte sind doch alle gleich sowieso. Die haben reichen Stats und eigentlich die gleichen Stats, aber... Schreibt eure Lieblingsraubkatze in die Kommentare. Es ist obviously Entail. Es ist natürlich Raikou. Es ist natürlich Raikou. Das wissen wir alle. Und Suikun, ja, es ist halt Suikun. Ich sag, Suikun ist geil. Suikun ist super cool, der hat ja auch die Story bekommen und so weiter und so fort. Aber der verliert gegen die andere Seite. Bei dir ist Suikun wahrscheinlich sogar noch auf Platz 2. Ja, die Sache... Ich glaube, Entail ist sogar auf Platz 2. Aber Suikun, Alter. Eigentlich so ein geiles Mod, aber trotzdem immer auf dem letzten Platz. Entail hat... Aber Entail auch der erste in einer langen Reihe von verlieren. Ich sag, ich sag, bei mir macht es aber die Spielweise auch aus. Ich feiere, wie man Entail und Raikou spielt. Und Suikun ist halt so langweilig, Alter. Das wollte ich nämlich gerade sagen. Ich finde, von der Story und so weiter und so fort ist Suikun natürlich das Interessanteste. Ja. Aber vom kompetitiven Aspekt fühle ich Raikou und Entail viel, viel mehr. Ja, ja, ja. Same, 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 same. Deswegen schreibt uns gerne in die Kommentare. Und schreibt natürlich auch gerne in die Kommentare, was ihr mehr fühlt. Die Shiny-Version oder die Non-Shiny. Oh, wie ist die Shiny-Form? Die Sache ist... Alle sind eigentlich besser außer Suikun. Ich finde, Suikun-Shiny ist halt nicht ultimativ viel besser. Es ist gut. Ach so, ja, ja, ja. Das sehe ich, das sehe ich. Es ist halt nicht jetzt, wo ich sagen würde, okay, ich brauche einen Shiny-Sweikun. Bei Shiny-Raikou und Shiny-Entail sind ja. Ja, sau geil. In diesem Bild. So, by the way. Das sind keine. Und das sind... Moment. Was? Was? Wir sind was? Was ist dein letzter Name, Preston? Das wirst du gleich sehen. Ach du Scheiße. Also, das kann nicht sein. Leute, wir haben den Namen echt nicht abgesprochen. Oh nein. Warte, geht es doch auf Entei? Es geht doch auf Entei, oder? Wurde es nicht rausgenommen irgendwann in der Eis? Naja, das geht doch auf Entei. Let's go. Nur weil du Siedemaster bekommen hast, bist du jetzt keine scheiß Wasserkatze. Ja, doch. Metall-Sound. Metall-Sound strong hätte vorher kommen müssen, aber nämlich... Das ist tatsächlich echt gefährlich. Ein Hals-Spray oder so wäre geil. Ja, aber das wollte ich auch gerade sagen. Hals-Spray haben wir in letzter Zeit so wenig gespielt. Müssen wir auch öfter wieder machen. Müssen wir echt öfter machen. Das ist eigentlich sowas geile Item. Gerade im Metronom. Kreuzdonner. Okay, zuh, da habe ich so ein Kuh nicht draußen. Aber es macht trotzdem Wunschaden. Das wäre jetzt wild. Gegen Entei? Gegen Raiko. Gönn dir? Gönn dir. Ach, warum misshandelst du meinen Entei so? Das ist das, was er verdient, Alter. Das muss ich dir nicht beantworten. So ist es. Okay. Spielst du einen Scarf da ehrlich? Nein, nein, nein. Okay, ich auch nicht. Blizzard. Okay, Mist. Warte, du trittest wieder nur Entei? Ich weiß es nicht. Das wäre es. Nee, nur Raiko. Und kein Freeze? Was? Hex? Ja, besser ist es. Nee, nee. Hex. Sanktionskern. Das ist glücklicherweise vom Drachen-Typus, nicht vom Boden-Typus, aber trotzdem. Sieht so wild aus. War schon zu gut. Schade. Schade, wie der einfach fliegt in der Luft. Oh, du hast keine Fähigkeiten mehr. Na, Konzentrator ist halt back. Okay. Wenn ich dich jetzt fliege. Hast du einen Kingstein? Donnerwelle? Ja, aufs Fliege. Let's go. Oh, nee. Nee, ich hab keinen Kingstein. Da muss ich los. Ich glaub, Kingstein wäre hier los, den zu spielen. Jetzt bekommst du auch noch irgendwie Konfustrahl oder so. Oh ja, Parafusion, das würde ich fühlen. Kosmikraft. Oh ja, das würde ich wirklich sehr fühlen. Nee, das würde ich wirklich sehr fühlen. Wenn du Konfustrahl bekommst. Oh, ich stelle dir vor, Kosmikraft zu Ikon mit Kraftvorrat, Alter. Gönn dir. Also, der Call of Mind ist halt auch schon nice. Ja, natürlich. Kann der Kraftvorrat so? Nee, ne? Nee, nee, nee. Okay, okay, okay. Aber trotzdem ist das Set halt sehr gut. Schutztausch. Ja, das tauscht Dinge. Verteidigungswerte. Macht der nur die geboosteten? Ja, Veränderung. Aber Suikun ist minus zwei, oder? Ja, Suikun ist minus zwei, leider. Glück gehabt, Alter. Ah, der ist auf minus eins. Ja, der ist auf minus eins. Geh auf Suikun. Der ist auf minus eins. Oh ja. Oh ja. Oh, das macht er echt guten Schaden, Alter. Nochmal, Matschbombe. Was ist das mal? Nee, 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 nee. Trugschlag. Trugschlag. Ja gut, da geht jetzt nichts. Aber ich sag, auch echt nicht wenig Schaden. Den Schaden immer mit, also ich nehm ihn nicht mit. Und wir wissen durch Flobert, ist das überhaupt schon online? Hammerarm. Ah, ja, ja. Wir wissen durch Flobert, doch, ich glaub, das ist schon online. Doch, ist bei mir online sogar. Ja, was denn, Timo? Wir wissen durch Flobert, dass Trugschlag broken ist. Wenn du Trugschlag spielst, gewinnst du Battles. Ah, ja, 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 ja. Ich war grad so, hä? Ich glaub, das kam bei mir online, actually. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaub schon. Ich, ich glaub, ich weiß es nicht. Egal. Agfa, bitte. Äh, gegen Suikun. Auf Raikou, auf Raikou. Suikun, nee, nee, nee. Suikun, glaub ich. Aber ich sag, den kill nehm ich trotzdem. Ja, das... Wenn der nicht gekillt hätte, wäre sad gewesen. Ach, das war ein Crit. Ah, kann man jetzt so und so sehen? Mach ich wohl Auge an der Stelle, tatsächlich. Kann man jetzt so und so. Weil ich bin auf Plus 1 Verteidigung. Agfa, bist du jetzt auch physisch, oder nicht? Nein, Agfa, ist das speziell. Ja, dann mal mein, ich bin lust. Fassade. Ja, Suikun hätte die Fassade gebraucht. Ich sag, ich jetzt gefühlt, wenn du jetzt einen Mann von mir getötet hättest, damit wir alle Namen sehen. Vakuumwelle, okay. Ja, Vakuumwelle. Okay, das sind... So, das sind... Ja, es ist natürlich die einzig wahre Antwort, ne? Das sind Katze, okay, weiß ich, wie meine heißen. Das sind keine Hunde, oder so. Wir sind einfach beide so schlau, ne? Weißt du, wir haben beide dieselbe Message, aber anders verpackt. Das gibt's doch, Alter, also das hier. Da muss man doch mal ein Like da lassen. Dafür kann man mal ein Like da, ist es stark. Bitte keinen Flinch, bitte keinen Flinch. Oh, Flinch, Flinch. Konzentrator, Timo. Stimmt. Ich bin so geil. In den Kommentaren stehen doch schon so, ah, wieso sagt ihr das denn? Der hat doch Konzentrator. In den Kommentaren steht's einfach schon wieder. Flammenrat auf Raiko, auf Raiko, auf Raiko, auf Raiko. Auf Entei. Oh ja, oh ja, oh ja, der ist tot, der ist tot, der ist tot, der ist tot. Let's go. Okay, Entei. Das sind einfach meine Babys, Junge. Okay, Entei, ich habe dich all die Jahre vielleicht ein wenig Hops genommen, aber mach jetzt bitte irgendwas Gutes, Mann, das ist so trash, Entei. Danke dir, danke dir. Alter, Entei, weißt du, wenn Entei das Pokémon ist, was Carrying muss, Alter. Ich sag aber, der hätte es nicht als letztes nehmen sollen, der hilft mir mehr als dir. Ja, jetzt bin ich in einer blöden Situation. Angeberei. Das kann gut sein, wenn die neue Ära nicht wäre, nicht die neue Ära. Die neue Ära ist irgendwie schon wieder vorbei. Nee, Entei, bitte komm durch, bitte komm durch. Okay, Erdbeben. Nee, das bin ich. Wow, wow. Katapult, let's go. Sehr effektiv. Hat einen guten Angriff. Hat einen guten Angriff, ah. Stark. Nee, jetzt kann ich dich selber anfitten. Du, Erdbeben. Du hast dir immer angetan, er hat damals den fucking Arcani-Kopf auf dir drauf gefordert. Das kannst du dir doch nicht gefallen lassen, Alter. Entei, wieso bist du so trash? Ich hasse dich, du bist so ein schlechtes Pokémon. Nee, da musst du jetzt leider sagen, das hast du jetzt verdient. Nee, Alter. Die kommt zurecht. Die kommt auf einen riesigen Deckel. Der böllert rein. Entei. Ich will, dass er sich selber tötet, für das, was du ihm angetan hast. Ich will, dass er sich selber tötet. Nein. Für das, was du ihm angetan hast. Okay, jetzt Erdbeben. Komm, bände einfach das Leben von den beiden da. Schlecker. Schlecker, stark. Auf Fluss für Angriff. Guck mal, der hat mich so tief. Der sieht so, oh, mein Herzchen. Und dann leckt er mich so ab. Genau. Komm, Entei. Florakur. Wir zeigen es ihm, wie man Entei spielt. Florakur. Wir zeigen es ihm. Mega-Heap. Mega-Heap. Der tötet, oder? Der tötet. Entei. Wir zeigen es dir, wie man Entei spielt. Ich hasse Entei.